Es ist kurz nach 14 Uhr, noch ist relativ wenig los hier, aber so ab 15 Uhr soll hier die Demonstration gegen die Polizeigewalt stattfinden, die ja hier in der Schalker Arena vor einigen Wochen beim Spiel gegen die Griechen völlig übertrieben zugeschlagen hat. Mein Rolli ist schon mal kampfbereit. Ich habe ein paar nette Plakate für unsere Freunde gemacht, unsere Uniformierten. Hirn statt Helm, Pfeffersteg statt Pfefferspray und wir wollen mal die Occupy-Fahne beiseite nehmen. Fans statt Uniformierte Intensivtäter. Mal gucken, wie die Plakate bei unseren grünen Freunden ankommen. Wer ist der einzige Schalke-Fan, von dem die Grünen Respekt haben, der hier kommt? Grüß dich, Bernd. Grüß dich, du. Dann kommt man hier vorbei, dann kann er dir endlich mal ein Bier ausgeben. Ich muss ein Bier trinken, hier, kommt ein bisschen näher ran hier. Ja. Ich muss ein Bier trinken, hier ist sicher. Ich habe mich bestückt für die Demo gleich. Achso. Bei jeder Demonstration darf das... Ja, das darf ich doch nicht fehlen. Ich komme ein bisschen näher rangefangen. Ich habe schon gedacht, du wärst woanders. Ach was, nee. Ich habe hier wieder Glück gehabt. Bist du aus München auch anders, weißt du? Auch das noch. Auch noch von der falschen Seite. Das sind Schalke-Anhänger. Das sind aber Schalke-Anhänger, du, sind das, du. Ach, warten Sie, Foto, Bernd. Jetzt kommst du wieder in allen Zeitungen rein, du. Ja, Bernd, du, an erster Stelle fährst du an erster Stelle mit den 5000 Schalkern, die da hochmarschieren. Danke. Bitte. Was möchtest du denn trinken, Bernd? Pilz. Fertig? Fertig. Ja, aber dich mache ich auch mit drauf, oder? Dann lenke ich mich doch mal an. Danke. So, jetzt kommt hier gleich ein erstes, größeres Transparenten. Mal rennen. Immer unkendlich machen. Recyclo-Kerbüten. Danke. Danke. So, irgendwo hier oben schlägt die Luft Stasi. Gucken, ob ich die erwische. Ah, da ist sie doch. Mach mal ein Foto. Das stimmt, das kannst du nicht. Kannst du fotografieren? Ja. Mach mal ein Foto. Aber links nicht mehr. Links nicht mehr. Hochgang. Was? Ja, das ist ja gut. Nein. 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 Gut. So, hier vorne haben sie also schon mal die Straße gesperrt. Wo die Straßen waren. Man sieht hier den grünen. Der Straßenmann fährt noch. In Gegenrichtung haben sie auch diese Seite gesperrt. Auch hier wieder so ein netter Kamerawagen dabei. Zwar darf man ja eigentlich laut Gerichtsentscheidung so gar nicht ohne weiteres filmen, aber sie behaupten ja immer dann, sie würden ja nicht filmen, sondern sie würden das nur durchgucken. Das kannst du natürlich nicht. So, und die geben auch vom eigentlichen von hier. Wir wollen keine gute Scheide! 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 So, die kommen hier alle aus der Seitenstraße. Ich wusste das gar nicht. Wenn ich das ja gewusst hätte, dann wäre ich da. Hier ist doch mal drin gewesen. Ist das so eine Super-3D-Brille oder was? Nein. Nein. Das wird schon mal drin. Ich hab nur bei YouTube einen Account, der nennt sich BalkenTV. BalkenTV? Da passt das natürlich. Dann schauen wir da mal rein. Ja. Alles klar. Viel Spaß nur heute! Schön, dass du dabei bist! Das ist der Bulwude! Wir wollen nicht die Scheide! Suddenly! Wir wollen nicht diegend Förlung machen! Wir wollen nicht die Merchensン, Gäste, 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 Gäste. Die Saatetöne Die Saatetöne Die Saatetöne Ja, das ist auch so, ich bin hier in der Nähe. Pizza rum, Pizza rum, Pizza rum, Pizza rum, Pizza rum! Pizza rum, 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 Pizza rum! Ja, ich komme gut, ich bin hier in der Nähe. Alles, alles, alles! Es ist ruhig mitlaufen, Herr Badenberg. So, ich werde mal den ganzen Potsdam folgen, damit die Grünen zu lesen haben. Grünen, Grünen, Grünen! Das ist eines, der hat hier schon gesagt. Das ist ja nicht gelaufen. Und der Weg ist da. Das ist doch so. Sieht auf! Sieht auf! Sieht auf! Sieht auf! Sieht auf! Letztere Gute, Allerbücher, Allerbücher, Allerbücher! So, den Hund hat ja keinen Bock zu laufen. Bauer, sieht man mich? Ja, ich lauf zwei, dann komm ich wieder, haben wir. Du wolltest noch zwei, schnell mitlaufen? Ah! Gern, darf ich heute dabei sein? Dabei! Die Sache der Fröhre! Die Sache der Fröhre! Die Sache der Fröhre! Das ist der Kuh nicht verbogen. Das ist der Kuh nicht verbogen. Nein, das ist gut. Kannst du eigentlich wieder laufen? Was denn? Du bist bereit, du hältst deine Farbe rein. Ich habe auch keine Laufung. Ja, da haben wir den Mund. Du schniffen, Alter. Ja, wir können natürlich ... 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 Und hier oben wieder unsere Luft-Stasi. 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 UNTERTITELUNG Danke. Das ist gut. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Ich bin jetzt hier an. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Nein, 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 wenn ich davor bin, dann lauf ich immer auf. Geht uns aber genauso, ich glaube, da sind wir eine Leidensgemeinschaft. Ich lauf auch immer auf. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. Ich bin jetzt hier an, ich bin jetzt hier an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, gut. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Ja, ist ja wütend. Danke. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank. 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 ... 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Einmal einen Gang zurück, dann befreie ich Sie mal. Ganz großen Respekt. Richtig gute Sache. Ja? Richtig gute Sache auf jeden Fall. Ja, da hängt jemand unter dem Rollen. Ach, da ist nur ein Becher. Dann machen Sie mal ruhig. Ja, da ist nur ein Becher. Vielen Dank.